Im Bad Chang Keramikmuseum bekommt man einen Einblick in die reiche Geschichte der Keramikkunst. Tauche ein in die Welt von Bad Chang, einem Dorf, das für seine traditionelle Keramikherstellung seit dem 14. Jahrhundert bekannt ist. Das Museum präsentiert eine vielfältige Sammlung von Keramikstücken, die die Entwicklung und den Einfluss der Keramikkunst im Laufe der Jahrhunderte dokumentieren. Hier kann man mehr über die handwerklichen Techniken, die bei der Herstellung von Keramik verwendet werden, ebenso wie über die kulturelle Bedeutung der verschiedenen Motive und Designs in Erfahrung bringen. Das Bad Chang Keramikmuseum bietet eine einzigartige Gelegenheit, das künstlerische Erbe Vietnams zu erkunden und die Meisterwerke der Keramikkunst zu bewundern.